Knapp 28.000 Ukrainer leben derzeit in Wien und sie fühlen sich scheinbar sehr wohl hier. Das geht aus einer Untersuchung des Österreichischen Instituts für Familienforschung der Universität Wien im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds hervor. Nur 13 Prozent der Befragten haben konkrete Rückkehrpläne. 90 Prozent fühlen sich generell sehr gut versorgt. Grund dafür ist die durchwegs gute Integration der Geflüchteten in Österreich. Im Gegensatz zu vielen anderen Zuwanderern sind Ukrainer überdurchschnittlich gut ausgebildet. Fast drei Viertel, also 73 Prozent der Frauen, können einen Hochschulabschluss vorweisen. Weitere 10 Prozent haben ihre Hochschulausbildung noch nicht abgeschlossen. Über 35 Prozent geben an, dass sie die deutsche Sprache bereits gut verstehen. 34 Prozent haben daher auch bereits einen Arbeitsplatz gefunden. Ihre neue Heimat sind viele Ukrainer übrigens in Wien. Die Gründe für die Vorliebe für die Großstadt, Fortsetzung des Vertrauten, da viele Frauen selbst aus dem urbanen Raum stammen, die besseren Angebote im Bereich der Bildung, Freizeit und Sport für die Kinder oder die Vorstellung vom strukturschwachen ländlichen Raum, wie er in der Ukraine ausgeprägt existiert. Vielen Dank!